Na toll, ahaha, und ich dachte, das könnte mal was werden hier, aber nein, anscheinend nicht. Ich glaube, am nächsten Tag werde ich dann erstmal wieder auf die Höhlen-Suche gehen, dort wo wir gestorben sind. Und, ach man, ich habe extra die Anfangskiste mit eingestellt, damit ich einfach nicht so lange brauche hier, aber jetzt ist es ja noch schlimmer. Das ist echt dämlich, ich bin dämlich. Na los, werdetag, werdetag. Skelett. Ich höre ein Skelett, deswegen mache ich hier mal ganz schnell zu. Ich höre es immer noch. Und ich sehe fast gar nichts, es tut mir leid, wenn es jetzt total dunkel ist. Ich sehe selbst gar nichts außer dem Boden hier. Aber ich will dem Skelett auch nicht wirklich gegenüber treten. Ja, es ist schön. Und die Nacht dauert immer so lange. Ich weiß gar nicht warum. Ich höre es immer noch. Geh weg, Skelett. Geh weg. Ich will dich nicht haben. Geh weg. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Aber ich will auch keinen Blick fragen. Weil nochmal sterben möchte ich nicht. Nicht wirklich. Geh weg da oben. Verbrennt. Zerfällt. Ah nein, noch sind sie nicht zerfallen. Ach man. Es tut mir jetzt leid, dass ihr überhaupt nichts sehen könnt jetzt hier. Pff. Hm. Jetzt? Noch nicht. Oh Mann. Das ist echt... Nicht schön. Mal gucken. Nein, es ist immer noch Nacht. Hm. Warum kann es jetzt nicht schon Tag werden? Äh. Ach, das sind Wolken, oder? Ja. Es sind Wolken. Ach, der hat gefübelst Angst. Ich höre wieder ein Skelett. Aber das Skelett... ...muss doch nicht jetzt unbedingt kommen, oder? Ich mach mich grad zu. Ah. Verdammt. Es dauert ja auch jetzt wieder so lange. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Hm. Es ist immer noch Nacht. Ich höre das Skelett. Ich höre das Skelett. Ach. Ja. Der Himmel ist schön. Hm. Hm. Komm, wer Tag. Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit zu hocken und... ...keine Ahnung. Los, wer Tag, wer Tag, wer Tag. Wir haben nicht immer Fackeln, um irgendwas zu sehen hier. Ah, naja. Na los. Hm. Ah. Es wird hell. Yeah. Yippie. Juhu. Schön. Ja. Sterne verschwindet. Verschwindet. So. Bist du irgendjemand? Ich glaube nicht. Ach, ist das schön. Wohl. Doch, da. Aber das Vieh hat uns noch nicht gesehen. Ach, ist das schön. Hm. Es hat uns noch nicht gesehen. Hm. Cool. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rum. Auch wenn wir hier schon waren. Na. Jetzt. So. Kürbisse. Aber ich brauche keine Kürbisse. Noch nicht. Oh, ich bin... Oh, ich bin... Nein, 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 nein. Ist ja wohl unfair. Dann sieht man die ja gar nicht. Ach, herrje. Schaut mal. Wir sind gleich wieder da bei der Höhle. Bei der Gemeinhöhle. Die ich eigentlich... extra... umgehen wollte, aber trotzdem reingefallen bin. Da sind wir. Da sind wir. So. Schwein. Noch mehr Schweine. Oh, nein. Oh, nein, ich... Oh. Ich will nicht niesen. Oh, jetzt ist es weg. Okay. Ich muss nicht niesen. So. Oder? Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Also, ich glaube nämlich, das ist... Oder? Nee, doch nicht. Aber... Hä? Aber da. Okay. Springen. Schafe. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal Wolle. Damit wir uns dann auch gleich ein Bett holen können, weil... ständig die Nacht so durchsitzen ist ja auch nicht so schön. Stimmt, Schaf. Wolle. Noch mehr Schafe. Ich brauche Schafe. Schaf. Halt. 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 Halt da. Willst du mich schon... So. Jetzt bin ich bei euch. Wie könnte mir nicht denn kommen? So. Zwei. Und eins noch. Wo ist es? Hier ist es. So. Habe ich die Wolle jetzt? Wie viel habe ich denn? Drei. Na, ich glaube, das reicht. Halt. So. Noch ein bisschen Schweinefleisch holen. Ähm. Wo war denn das jetzt? Halt. Da. Oder? Nee, oder? Doch. Doch. Ich glaube, das war da. Ich hoffe es einfach mal. So. Hallo. Hallöchen. So. Ähm. War das hier? Ja. Es war hier. Und wo waren wir denn da? Wo sind wir denn da jetzt lang? Hä? Irgendwo sind wir doch jetzt. Oder? Ich weiß gerade nicht wo. Ich werde jetzt mal hier hochgehen. Und so gucken, wo das vielleicht sein könnte. Da ist. Ah ja, genau. Wir sind da rüber gegangen, ne? Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Ach. So. Na los. Hallo. Na. Wir sind voll groß. Hallo. So. Jetzt bloß nicht reinfallen. Obwohl, wir müssen ja rein. Aber da ist auch Kohle. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Wie denn am besten jetzt? Hallo? Nee. Ich glaube... Verdammt. Oh, warte mal. So. Nein. 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 Ich bin zu doof dafür. Oh Mann ey. Ich will nicht mehr. 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 Ich hoffe, die Sonne geht noch nicht unter. Aber noch steht sie hoch. Es ist einfach totaler Fail gerade. Ich will nicht mehr. Also, ja. War ich hier? Nee. Ich glaube nicht. Hier war ich doch, oder? Nee. Hä? 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 Hier? Gott. Ich habe null Plan gerade. Das ist echt... Ich glaube, wenn wir irgendwann mal bei der Höhle ankommen sollten, habe ich sehr viel. Ähm, ja.